Moderne Mysterien. Moderne Mysterien ist eine Wortzusammensetzung, die es in vielen Kontexten gibt. Mysterium kann allgemein ein Geheimnis sein und so könnte man sagen, moderne Mysterien sind moderne Geheimnisse. Auch heute, in der Zeit der Wissenschaft, gibt es vieles, was geheimnisvoll ist und was man nicht kennt. So gibt es viele moderne Mysterien. Es gibt das Mysterium des Lebens an sich. Es gibt die Mysterien, wie Menschen funktionieren, was die Psyche tatsächlich beinhaltet. Da ist noch vieles unbekannt. In einem anderen Sinne sind moderne Mysterien eben ein Unterschied zu den antiken Mysterien. Die antiken Mysterien, Mysterienkulten oder auch die Mythenkulte, also die alte Mysterienkulte, waren eben Isiskult und Kulte für die Kübele und andere. Und so gibt es die Eleusinischen Mysterien und viele andere. Und heutzutage gibt es auch moderne Mysterien. Zum Beispiel hat Rudolf Steiner 1924 auf der Weihnachtstagung ein modernes Mysterienwesen proklamiert. Das solle frei sein von politischen und dogmatischen Tendenzen. Und er wollte die Initiationen ehrlich halten und von Machtansprüchen befreien, aber wollte dort auch einen Mysterienkult wiederbeleben, wo Eingeweihte tiefer in spirituelle Traditionen hineingehen können.